Willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League mit Rico Sellers und mir. Deine Willigkeit. Ich hab' gut überlegt, wer ist denn der Dritte? Ach ja, ich. Wer bin ich eigentlich nochmal? Wer bin ich nochmal? Im letzten Part waren wir so gut, dass die Gegner schon aufgegeben haben. Wir werden immer besser. Das war easy. Das war, mein Gott, wenn man gegen Barry spielt, dann muss man aber auch aufgeben. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, dass man mich überhaupt verliert. Das ist eine Schande. Jetzt mal ohne Witz. Also, ich bin für den ersten Abstieg, ja. Ich bin nicht hinten übrigens. Heißt der wirklich Vibratorhorst? Ja. Ich befürchte, ja. Das ist der witzigste Nickname im Leben, der hat nach Milf Hunter. Schon lange nicht mehr sowas gehabt, ja. Ja, der Vibratorhorst. Mal gucken, was er kann außer vibrieren. Ja, aber er ist gegangen, der Vibratorhorst. Schade. Schade eigentlich. Wahrscheinlich wurde er Instant gebannt. Kann sein. Kann schon sein. Will ich nicht ausschließen, an der Stelle. Rekos, kriegst du den? Bin gar nicht hinten. Achso, sehr gut. Rekos. Gern geschehen. Hallo, bitteschön. Ah, toll. Kannst du ihn auch Rekos Ersatz nennen? Knochenrekos. Hallo. Nein. Das ist schade. Outlaw. Ich weiß nicht wieso, diese Map hier erinnert mich irgendwie immer an Harry Potter ein bisschen. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Oh, da hab ich auch wegen der Uhr gelegt. Wahrscheinlich wegen der Uhr. Ja, wegen dem leicht britischen Akzent. Ja, bitte. Nicht hinten. Nicht hinten. Nein, ich bin hinten. Sind wir etwa hier in unserer Krise, nachdem wir im letzten Part so gut waren, das wird jetzt im zweiten Kampf. Kampf. Ähm, Zelos. Ähm, ja, ich kann ja schlecht blocken und gleichzeitig da im Tuch. Du darfst nicht so weit rausgehen zum Blocken. Ich hab doch, guck, das hab ich gemacht, oder? Ja, das war auch gut, aber dann ist halt das Tor leer. Ich find trotzdem, Zelos hat das gut gemacht. Hab ich doch auch gesagt. Ja. Mann. Ich bin hinten. Ja gut, ich mach's selber, ist okay. Die sind auf jeden Fall besser als die eben. Ach, ein bisschen halt. Vor allen Dingen, die haben einen KI-Spieler. Der ist schon deutlich besser. Ja, die haben einen KI-Spieler. Outlaw, der das Tor geschossen hat. Ja, der Outlaw ist, äh, Torstütze hier auch bei denen. Ach, ich hab keine Energy, Scheiße. Alter, komm, Gombis, ah, ich wurde zerstört. Gombis wurde gefoult. Heiße. Ah, das war so wenig gefehlt an der Stelle. Warte. Zerstörung. Musik. Ja, Physik. Ich hab genau gedacht, aber fuck. Nein. Alter, dieses Siphon, Siphon, Siphonis. Siphonis heißt der. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh. Oh, sorry. Das war gut, dass du mich so geschubst hast, Rickus. Das motiviert mich um drei Prozent. Motivation um drei Prozent gestiegen. Ja. Oh, fuck. Fertigkeiten minus 1,2 Prozent. Ich hab keinen nicht genug kritische Trefferwertung, um hier heute in den Tor zu schießen. Hättest du mal mehr auf Krit geskillt hier. Ja, oder auf Trefferwertung, um überhaupt zu treffen. Das war eh das Geilste bei WoW. Früher müsste man Trefferwertung. Das Gelndeg ist drin. Damit man überhaupt trifft. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nein. Ich bin auch vorbeigesprungen. Alter. Ich muss den alles alleine machen. Ich hätte ihn fast auch reingemacht, ja. Guck mal, wie schön das war. Guck mal hier. Du hast es auch reingemacht. Du bist gegen den Pfosten gesprungen. Ja. Und du bist auch noch fast behindert. Das ist, damit, wenn jetzt einer gekommen wäre vom Pfosten, oben zu decken. Also, weißt du, das ist so offensives Decken. Ja, verstehe. Das ist Taktik alles. Ich verstehe kein Wurzeln. Ich springe auch die ganze Zeit ein Ball vorbei damit. Die denken, ich bin schlecht und im entscheidenden Moment abzustauben. So, wie sieht es aus? Eine Granate ist tot verletzen. Ja. Oh, der kommt gut. Ja, der ist mal kurz geflogen, der ist der iPhone. Die spielen mit keinem PC mehr. Das ist unsere Chance. Vielleicht ist der noch unfähiger als der PC. Weiß nicht. Da gab es diesen Aber-Aber-Bad oder sowas. Aber-Bad. Aber-Bad. Der findet wohl Aber nicht so toll. Na gut. Kann man auch. Und jetzt hier mit dem Ball? Ja, eigentlich. Ja, 70er Jahre Musik ist auch nicht so meins. Eher 60er oder 80er. Was sagt Rikos als Musikfan dazu? Oh, der ist drin. Metal. Easy. Metal gab es schon immer, also schon länger. Deswegen kann ich auch was. Seit wann gibt es denn Metal überhaupt? Ich hätte jetzt so auch irgendwie so. Oh, ich habe mich aber auch kalt erwischt. Ja. Keine Ahnung, kannst du nicht sagen. Das ist gleich die erste Band gewesen, die man da so mit. Weiß es gerade ehrlich nicht. Da müsste ich nachsehen. Ähm. Barry ist okay. Ah, Barry, fahr doch. Nein. 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 Ja, vielleicht ist es die erste Heavy Metal Band. Gute Frage. Schreibt es unter das Video, ich weiß es nicht. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Band, die damit assoziiert wird. Aber man fällt es gar nicht ein. Metallica. Ich bin mit dem Rückstand egalisiert. Ich bin nicht hinten. Ich bin hinten. Wie Wolf Fuß sagen würde, das Momentum ist auf unserer Seite. Sag mal, Barry, weißt du, wie groß Wolf Fuß ist? Klein, glaube ich. Was? Ich glaube, der ist relativ klein, oder? Ich habe den letztens bei Bushis Sechser-Kette gesehen. Und das war ein Riesenteil dafür. Okay. Oh, 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 oh. Ich sage das auch ein bisschen aus, wenn er neben zwei Frauen standen. Aber dennoch, das sage ich, also wie so ein, wie so ein, Alter, hau ab. Ja, was ich an dem nicht mag, ist, der redet die Gegner immer so stark. Das ist mega nervig. Mag den. Ja, an sich ist er auch ein guter Moderator. Aber manchmal redet er die Gegner zu stark. Gerade, wenn es so richtig lächerliche Gegner sind. Und das finde ich dann ein bisschen, dann irgendwie, ja, das ist, keine Ahnung, Hans, was ist ein typisch griechischer Nachname? Satsiki, Toko, Lobo. Ist ja besser Torwart Griechenlands. Und zwei Minuten später steht es 5-0. Das ist dann immer so ein bisschen nervig. Wisst ihr, und wenn eine Bayern dann gegen AAK Athen spielt und irgendwie 7-0 gewinnt und vorher sagt er, oh, die sind gut, und das ist immer so ein bisschen, naja. Oh, ich koste. Hast du nicht reingemacht, oder? Oh, 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 der kommt gut. Nein, doch. Jawoll. Hä, der ist doch rübergegangen. Ich habe gar nicht Gomez geschrien. Gomez. Gomez. Wie konnte der reingehen? Ich habe den noch rübergehauen. Der hat auch reingemacht. Okay, nee, du hast alleine gemacht. Okay, der war doch nicht rüber. Hört mal abgesichert. Da haben wir sie erst noch eine Chance gelassen, damit sie glauben, sie gewinnen, und jetzt machen wir sie vollkommen fertig. Barry, komm, ich springe rein. Ja, ich bin unterwegs in die Mitte. Okay, ich habe Kontakt zugeschrieben. Ich bin auf die... Im... Tor, Gomez, Gomez, ah! Ich komme immer aus dem Halbfeld mit Gomez, mittlerweile immer. Am Stauber aus dem Halbfeld. Oh, der kommt auch gut. Der kommt gut. Nein! Gerade. Da war ich zu langsam. Habe ich sogar ich von meiner Position gesehen, wie schön das aussah. Da hat das von uns aus Leiter Brust schon ein verlassendes Spiel. Schon wieder eine? Sie geben sich ja... Oh, ich warte, ich bin gleich da. Ja? Der kommt. Oh nein! Oh! 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 Guckt euch das Tor noch mal an! Boah, sehr geil! Okay, ich brauche gar nichts mehr machen, ich lasse euch machen für den Tag. Ja! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ja, Rocket League ist schon geil. Also, wenn ich das jeden Tag spielen würde, hätte ich glaube ich keinen Bock drauf, aber so alle paar Wochen ist das echt schon mega geil, das Spiel. Ja. Ich bin hinten. Bin ich auch. Oder könntet ihr das jeden Tag jetzt irgendwie zwei Stunden spielen? Nee, jeden Tag nicht. Nee, jeden Tag nicht. Oh, der ist drin? Der ist drin? Der ist drin, ja. Hey, das sag ich doch. Weiß Ding. Schlechter Schuss. Fast drin. Natürlich. Ich becher mich weg. Barkeeper. Hm, 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 hm. Weiter weiß ich. Ich sauf's aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen und so weiter. Die will Offensive vor. Mann, doch. Bin besoffen. Schiele sie an. Kurz darauf fliegt mein Kopf neben der Tonette. Er hätte nie gewettert das Gehorzen. Meine Ehre rettet... Kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Ich wollte das Scheißlied, aber egal. Ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ein merkwürdiges Lied. Ja. So, was hat die Zeit, mein lieber Barry? Das war ja erst das Erste. Wir machen noch eins. Immer zwei. Dann bist du ja erfolgreich gerade. Okay. Ja, wir werden immer besser. Überraschenderweise. Ich habe zehn Haunted Hollows bekommen. Ich habe einen Candy Corn bekommen, was das auch immer ist. Ich habe ein Premierschrift bekommen und einen Säbel. Ich mache mal Revanche und bereit. Vielleicht spielen wir noch mal gegen die Gleichen. Ähm, ja, gerne. Alright. Ha, das war schön. Schade, dass da eine gegangen ist. Ja, kann ich verstehen. Ich würde auch nicht gegen uns spielen wollen. Wenn man diese Schmach hat gegen uns zu verlieren. Ja, klar. Spenden. Oh, ich habe gar nicht aufgepasst. Sorry. Alles gut. Alles gut. Zellos hat bravourös gehalten. Ja, bravourös. Und der Ball ist schon wieder fast im Tor, aber nur fast. Sieht gut aus, was du da machst. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sind die Hereingaben aus dem Halbfeld. Wie die gehen jetzt aus. Tor. Ach, schade doch nicht. Immer schön vom Tor weg. Ja. Also, dass du das nicht verwerten kannst. Ja. Gut, Rikos. Das kann ich, wenn der Ball so langsam ist und hoch. Da habe ich echt noch immer Probleme mit. Auch als Abstauber. Ja. Ach, Mensch. Ja, schubst mich. Ich habe dich gerade angeschubst. Zumindest ein bisschen. Boah, mit euch vor, vor, vor. Rikos? Ja. Ja, nee. Ich komme nicht ran. Ich war dran, aber es hat nicht gereicht. Sauberzellers? Ich möchte ja wohl sie abbitten. Nein! Könnt ihr mal aufhören? Das ist mein Strafraum hier. Das ist alles, damit die denken, dass wir schlecht sind. Und dann... Kann es nicht... Konnte ich nicht sehen. Nee. Ich bin den scheiß We-Playern. Ach, der gute Skull-Tap. Wer kennt ihn nicht? Ich. Oh, Gott sei Dank. Das hätte einer vor mir sein können. Das hätte einer vor mir sein können. Ja, das war ganz unnäglich, das Ding. Oh, der kommt gut. Ich muss aggressiver spielen. Muss aggressiver los hier. Mit Biss. Jetzt... Komm es! Ah, Rikos war schneller. Wird nicht gekommen ist. Aber ich habe schon vorher gesagt, dass der gut kommt, als er noch nicht da war. Ja, das ist richtig. Das war... Ja. Das ist dieser Abstauberblick. Ja, ich wollte ihn, falls die aufs Tor schießen abwehren. Jetzt kannst du abwehren. Komm es! Ah, verdammt. Nee, ich brauche einen Verteidiger. Wer ist ein guter Verteidiger? Ich fahre durch. Süle! Muss ich dann immer rufen, wenn ich kläre. Warum bin ich jetzt durchgefahren? Weiß ich nicht. Rikos, fahr mal zurück hier. Ich habe Angst im Tor. Ja, mach das schon ganz gut. Der Ball ist gleich vor dem Tor und dann komme ich und haue ihn rein. Schön. Dann machst du Gomez. Mist. Ich fahre wieder hinter uns. Zellos. Du kannst Gas geben. Jojojojojojojo. Bin unterwegs. Bin hinten. Ich guck. Ich guck. Ich guck. War ein bisschen eklig. Ah, da war wiederwertig das Ding. Ja, gut gemacht. Süle! Gut gemacht, Barry. Das war Süle. Oh Gott. Jetzt hast du deinen Namen von Gomez zu Süle gegeben. Ja, wenn ich Verteidigungsaktionen habe, ist das Süle. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Süle ist ein guter. Den kriege ich nicht. Nicht wie Boateng und Hummels, die schon 400 Jahre lang über ihrem Zenit sind. Ja? Boateng und Hummels? Ja. Dann lieber einen jungen, dynamischen Süle. Das Problem ist, dass Hummels nur zu viel für den anderen erwartet und dann wird das alles nichts. Ja. Und seine Frau ist komisch. Oh, eklig. Rico ist schön gemacht. Oh, 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 oh. Da war gefährlich. Muss ich schon da hochfliegen, um da ranzukommen. Alter Faller da. Ich habe nichts gemacht, aber ich habe 20 Punkte für einen Befreiungsschlag bekommen. Pfff. Dann geht rein. Oh. Kam ich auch nicht ran. Ach, die haben ja ein Tor geschossen. Wir führen ja gar nicht. Was ist denn hier los? Nee. Nein. Ah, verdammt. Der kommt schön weit vor. Ah, sehr schön. Aber der kommt nicht in Gommes Position. Wobei? Der kommt in... Langsam schon, würde ich sagen. Oh, lovely Heather. Ist ja gar kein Kopfball, das ist ein Autoball. Ah, man muss jetzt ja nicht so kleinlich sein. Doch, muss man. Okay. Okay. Es ist Rocket League, hallo. Das ist das anspruchsvollste Spiel der Welt. Oh, schade. Oh, der kommt gut. Der könnte Gommes mäßig kommen. Ich versuche mich ein bisschen zurück zu halten. Hau ihn nochmal nach oben. Gut. Könnt... Jetzt bräuchte ich... Ja, warte, 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 warte. Der kommt. Ah, schade. Der Abstaub hat leider... Ja, ich habe gewartet. Zu lange vielleicht. Jetzt wird's abstauben. Oh, das ist ein ekelhaftes Ding. Ich hänge in der Luft, ich kann nicht zu euch kommen. Ja, schön. Hast du es gesehen, Junge? Hast du es gesehen? Wunderbare Abwehrleistung. Hat keiner gesehen. Ich bin in der Mitte. Ah. Wofür liegst du eine 3+. Danke, danke, danke. Was, auf welcher Skala eigentlich? 0 Minuten. Auf einer Skala von 1 bis 100. Eine 3+. Okay, von mir aus. Wenigstens ist eine Plus. Oh, der kommt. Mit Tendenz auf Besserheit. Ja, eben. Das ist... Ah, der eine Typ da, der verteidigt ganz gut von denen. Es wird hier definitiv ein spannendes Spiel bleiben bis zum Ende. Ja, oh, Rikus, der ist drin, der ist drin, der ist drin. Ihr könnt, ihr könnt. Ja. Ich bin hier, Barry. Komm es! Komm es! Jawoll! Alter, ey. Ich hab schon gesehen, dass der reingeht. Ja, ich hab halt gewartet, weil ich wusste, dass der den nicht klickt, dann prallt der ab und ich mach's ganz entspannt in Ruhe. Schön. Genauso war's geplant. Von den beiden würdest du überhaupt nicht in die Mangel genommen am Ende. So, jetzt müssen wir noch 50 Sekunden hier verteidigen und dann haben wir auch diese Spiel wieder gewonnen. Wir werden langsam SL fähig. Hust, hust. Oh, oh. Ja, der fliegt übers Tor. Kein Stress, kein Stress. Ist niemand, ne? Alles gut. Oh Gott! Was hast du erwartet, Celos? Dachtest du, dass du das an der Stelle wegdopst, aber... Ja, hatte ich auch vor, aber ich dachte, der springt daneben. So, ja. Schön, Celos. Oh, der ist drin, der ist drin im Prinzip. Wenn nicht, staub ich ihn ab. Der kommt eklig. Der kommt eklig. Jawoll! Schönes Ding. Ekelig können wir. Wir sind die ekligen. Ein Problem, hat der Barry geschrieben. Ja, ich kann doch noch mehr schreiben. Guck dir den an! Unerhaltbar! Chat für eine Sekunde deaktiviert. Oh mein Gott, was soll ich in der Sekunde machen? Weiß ich nicht. Boah. Ja, du, ich schätze. Oh ja. Wow. Barry, du gehst ab hier. Easy Gaming. Hi, ich grüß dich. Easy Gaming, ja. Du siehst ja, was wir da tun hier. Oh Mann. Wunderschöne Spiel. Ah! Fuck. Jetzt wieder zurück. Nix, ten, nein. Eight. Souverän, souverän. Er dribbelt zur Eckfahne mit dem Ball. Oh, der Ball ist in der Luft. Ball ist in der Luft. Ah! Der Gigant klärt. Oh, geklärt. Und ja. Damit würde ich sagen. Sehr schön. Das war ein schöner Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Ein schöner Sieg. Bis denn, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.